Hallo Leute, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Bullet Train. In diesem Film gilt es um den Auftragskiller Ladybug, gespielt von Brad Pitt, der eine Art Urlaubsvertretung bzw. Krankheitsvertretung für einen Kollegen machen soll. Und dieser hat sich eigentlich schon mehr oder weniger zur Ruhe gesetzt und wollte noch leichtere Aufträge machen. Und dieser Auftrag soll eigentlich eicht sein, denn er soll eigentlich einen bestimmten Koffer aus einem Zug entwenden. Und ja, mehr oder weniger stimmt er dann auch mal zu und steigt in diesen Zug ein. Was er nicht weiß, dass da mehrere Leute es auf diesen Koffer abgesehen haben, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und ja, es ist einfach ein Film, wo man sagen kann, also ich habe noch nie Action-brutale Szenen mit so viel Humor kombiniert gesehen. Also einfach geil. Es ist auch der Regisseur von Deadpool 2, der sich bei diesem Film die Regie Ehre gegeben hat. Und wenn man ja schon Deadpool kennt, dann weiß man ja schon, welche Richtung es geht. Nur dieses Mal ist es nicht auf Marvel-Superhelden-Gedöns konzentriert, sondern auf ziemlich verrückte Auftragskiller, Mafiosis, Kartellleute, dies, das. Also da sind ja so einige Kombinationen, die da in diesem Film da zusammenkommen, die einfach nur genial sind. Und der Film ist mit zwei Stunden sechs auch so lang, dass man auch wirklich jeden einzelnen Charakter auch Zeit gegeben hat, sich zu präsentieren, seine Motive kennenzulernen, so ein bisschen auch die Background-Story kennenzulernen, wenn es für den Film passend war und alles. Und ey, einfach der Hammer, was David Leitsch da als Regisseur da abgeliefert hat. Mega. Also ich hab mich wirklich weggeschrien vor Lachen. Und boah. Also was die sich da einfallen gelassen haben, ey. Also ich hatte den Film, den ersten Trailer von dem Film, hab ich gefühlt im Kino schon im Februar ungefähr gesehen, vielleicht sogar im März. Und ich hatte mir gedacht, boah, Leute, in der so frühe schon einen Film ankündigt, ey, ich hoffe für euch, dass sie nicht die besten Szenen schon im Trailer verballert. Und nein, es war definitiv nicht so. Ey, die haben so viele interessante, lustige Sachen da gemacht. Und dann natürlich auch so ein bisschen, ja, leicht übertriebene, sag ich jetzt mal, Blutszenen und alles und so. Aber durch diesen ganzen Humor dabei, wo das alles dann auch schon mal wieder ein bisschen entschärft. Also von daher also, mega, was die da abgeliefert haben, muss ich echt sagen. Also es hat sehr viel Spaß gemacht, dieser Film. Und da sind noch so andere Leute dabei, die mir jetzt zum Beispiel nichts gesagt haben. Zum Beispiel ein Bad Bunny hat da mitgespielt. Joey King hat mitgespielt. Die sagen mir jetzt beide jetzt so gerade nichts. Aaron Taylor-Johnson hat mitgespielt. Der sagte mir jetzt so jetzt direkt auch nichts. Ja, und krass, ey. Also so ein Film war schon selten nicht mehr gesehen. Und vor allen Dingen der Film, der nimmt sich ja auch nicht so extrem ernst, was die Sache dann natürlich noch mal besser macht. Manche Szenen sind dann wirklich ein bisschen over the top und so. Aber das passt. Es passt wie die Faust aufs Auge. Und, ähm, boah, das hat schon richtig viel Spaß gemacht, diesen Film zu gucken. Und was ich dem Film für eine Bewertung gebe, sage ich euch natürlich wieder nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fan Shop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. So, da sind wir wieder. Ja, also zusammengefasst, der Film hat Humor, der Film hat Action, der Film hat eine gewisse Art von Brutalität. Der Film ist durchgeknallt und kreativ auf einer gewissen Art und Weise. Er hat ein paar Schauspieler, die man kennt, aber er hat auch viele Schauspieler, die mir persönlich jetzt nichts gesagt haben. beziehungsweise die mir noch nicht so ins Auge gefallen sind. Was aber den Film nicht schlecht macht. Das macht den Film absolut nicht schlecht. Die Charaktere, die harmonieren so gut zusammen. Das ist richtig, richtig gut. Und auch der Regisseur hat echt eine absolute Top-Leistung abgeliefert. Also, wow. Also, den Film sollte man sich unbedingt angucken. Und deswegen gebe ich dem Film zwischen vier und fünf Totenköpfen. Weil der Film wirklich richtig gut ist. Richtig super ist. Humor hat der, der hat alles, was man für diesen Film braucht. Ja. Nächste Woche geht es in den Film Nope. Mal schauen, was der so kann. Den gucke ich mir mal in IMAX an. So wie ich gesehen habe, ohne 3D. Aber es muss ja nicht immer ein 3D-Film sein. Bullet Train war auch nicht in 3D und hat auch Spaß gemacht. Ja. Das war's für diese Woche. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.